...zuzusehen. Sie waren ein schönes Paar. Herr von Boulanger ist ein ausgezeichneter Tänker. Meine Liebe, das Fon bei Herrn Boulanger müssen Sie streichen. Herr Boulanger ist ein sehr stolzer Mann. Er sitzt auf einem schönen Boot. Aber da seine Familie es dem Königin von Frankreich abgelehnt hat, sich adeln zu lassen, hätte er es von Ihnen bestimmt nicht annehmen wollen. Wieso? Ich kenne ihn ja kaum. Kommen Sie her, Graf. Spielen Sie mit mir. Ich langweile mich. Das Spiel um ein, Louis-Doh. Hast du, Louis. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Herr Herzog. Ich bin der 8. Bovary aus Yonville. Ist mir vollkommen gleichgültig. Ich bin Ihnen so dankbar, Frau Martin, dass ich diesen zauberhaften Abend bei Ihnen verlegen darf. Aber meine Liebe, der Abend ist doch nicht zu Ende. Darf ich Ihnen den Madame führen? Selbstverständlich, Herr Boulanger. Ich bin mir der 7. Bovary aus Yonville. Ihnen so dankbar, Frau Lee. Untertitelung des ZDF, 2020